Die politische Ausrichtung der Südafrikaner heute gegen Portugal zutrifft, da wollen wir glaube ich ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber schauen wir mal, jetzt die Nationalwinde Portugals. Untertitelung des ZDF, 2020 Stimmungsvolle Hymne bei den Portugiesen und stimmungsvoll auch die Atmosphäre hier. Und dementsprechend im FIFA-WM-Stadion in Köln. Da können wir einiges erwarten, was den Lautstärkepegel auf den Tribünen hier heute Abend bei dieser Partie angeht.